Tag heute ist Donnerstag der 18. Februar 2016 es hat gestern Abend geschneit wie ihr im Video gesehen habt aber vieles nicht liegen Canon hat die G7X Mark II vorgestellt und wer mich kennt der weiß um meinen Gejammer über die Kamera zum vloggen hier aber inzwischen habe ich mich mit meiner 7D ganz gut arrangiert ich komme damit ganz gut zurecht jetzt natürlich hätte ich trotzdem gerne die 7D Mark II oder die 70D oder eigentlich noch lieber eine Vollformerkamera und die G7X als Zweitkamera ok die G7X II macht einen ganz guten Eindruck hat einen neuen Prozessor und der Klappbildschirm ist um viel beweglicher geworden ansonsten es hat sich gar nicht so viel geändert also ist noch dieselbe Linse drin und keine Ahnung ist ja auch gar nicht so wichtig jetzt hier in diesem vlog auf jeden fall hätte ich schon ganz gerne die G7X II als Zweitkamera obwohl ich jetzt ein bisschen hoffe dass die G7X jetzt noch ein bisschen billiger wird bei Amazon und dann kann ich mir vielleicht die mal sehen ich weiß es noch nicht der vlog von gestern ist veröffentlicht es hat auch ein bisschen länger gebraucht als ich erhofft habe das ist jetzt kurz nach eins ja ich gehe mich jetzt erst mal rasieren duschen dann schaue ich was ich als an Zeug mit schleppe so alles gepackt ich warte nach auf einem Akku der müsste aber in 4 Sekunden voll sein und dann gehe ich erstmal los und schaue mir die Lager an und die Party geht ab 20.30 Uhr wieder abend los aber erstmal gehe ich hin und schaue ob ich mir die Sachen da lassen kann und so weiter und so fort ich nehme jetzt mit dem iPhone auf und nehme wenn dann nachher wahrscheinlich auch mit dem iPhone auf weil die Kamera brauche ich ja wie gesagt so die Jungs sind noch am aufbauen da drinne und ich weiß nicht genau ob sie nicht vielleicht doch ein bisschen spät angefangen haben dafür dass jetzt in 24.30 Uhr losgehen soll sieht noch sehr oder sieht jetzt noch nicht so nach Party aus damit ich habe irgendeinen Glück gehabt ja die kriegst du aber nicht ne für dich dachte ich wenn du sagst du willst eine aufsetzen warte ich muss noch ein Imagefilm drin soll dir noch ein Zusatzgewicht anlegen oh jetzt wir müssen einen Vlog aufnehmen obwohl ich weiß gar nicht was ich sagen soll oh jetzt wir müssen einen Vlog aufnehmen einen Stummfilm oder was sagen dazu ich wurde gerade stundenlang von komischer Geräuschkulisse bescheiden ich verweigere mich dagegen das Musik zu nennen vielleicht ist die nächste Veranstaltung mit deiner Musik bitte ich bin nicht der erste Ferrari der hier rumgefahren ist ich kann mich erinnern als ich beim Steigenberger war ich kann ein paar Tage treiben oder fließt die Sonne ist auch bloß ein Fiat mein Gott habt ihr die Geschichte mal erzählt mit der Koppelstange? ne der ist so als wenn ja habt ihr bestimmt gezählt ja der Fiat dann bestellt war günstig genau Koppelstange Ferrari 1000 Euro Koppelstange Fiat 20 Euro gleiches Teil hat sogar gleich Nummern gehabt so es ist 2 Uhr und 41 oh Gott oh Gott 2 Uhr 41 und ich bin wieder zu Hause ne sehr schöne Veranstaltung also hat mir gefallen die haben die Seebrücke sehr schön hergerichtet waren nicht so viele Leute da wie ich dachte wie ich befürchtet hatte muss ich fast sagen weil dann wäre der Film sehr schwierig geworden auf der anderen Seite war es so nicht einfach weil nicht so viele Leute auf der Tanzfläche waren aber ja zum Ende jetzt wurde es doch noch ganz ganz gut und die Leute haben sich getraut Musik fand ich sehr gut ehrlich ich kann mich ja auf sowas einlassen und so ein minimal Techno finde ich gar nicht so verkehrt hat mir echt sehr gut gefallen und kam so ein bisschen in den Flow wie gesagt die Leute haben sich nicht so recht die traut auf der Tanzfläche deswegen konnte ich nicht gar nicht so viel aufnehmen bin ein bisschen skeptisch was ich da rauskriege und so ja muss ich mal sehen ich werde jetzt noch die Files alle importieren auf dem Rechner und gleich sortieren weil da auch ein paar Vlogaufnahmen jetzt zwischen sind schneiden werde ich heute nicht mehr ok mal sehen morgen Vormittag setze ich mich auf alle Weile ran ob ich jetzt schaffe fertig bekomme muss ich sehen aber das werdet ihr merken wann dieses Vlog kommt das war jetzt übrigens die Folge 190 ja 190 die 200 kommt näher gut ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder sag ich mal alles klar tschüss ich weiß nicht mehr weiter mit dem mit dem mit dem mit dem